Was geht ab? Willkommen zum neuen Video von den Geschirrspielern. Heute ARC-Challenge. Seid gespannt. Leute, das Wichtigste ist natürlich immer, die Stelle abzutauchen. Das mache ich jetzt. Das ist tief. Mindestens 3,80 Meter. Gut. So Leute, wir haben uns jetzt hier auf dem 5er Bein gefunden. Es geht los mit A. Wie? Aua. Jetzt kommt das B für Barani. Perfekt. Punkt 10. Passed the way. E. Wie Doppelbeck. E. Wie Eier im Fenster. Was für eine Bundäne. Nächster Trick. F. Die Frontflip. Der war sehr gesichtslastig. Der war sauber. Nee. Wie Gainer-Full. Das ging schon. Jetzt H wie Handstand. Ich hol mir jetzt erstmal ein Bier. Oh. Das geht jetzt? Oh. Musik Zurück zu den ernsten Dingen J wie Judo K wie Kartoffel Let's go Ah, wunderschöne Kartoffel Buchstabe L, Layout, Wechsel M, der Muskelkader Let's go Anton, Buchstabe N Nee, Alter, kein Bock Nichts Hä? Oh, wie Opa Ich sag euch damals zu DDR-Zeiten Ha, das war doch So, liebe Freunde, jetzt kommt das P für den Fallenflip Danke, der Kameraschützer Das Q für die Qualle Let's go R wie Rad S für Sideflip So Leute, T für 360 Kanzel Let's go Zwei Sick Oh, die Gulagun Eine Luxus-Oase aus Wasser und Sand Schönes Ding U wie Urin U wie Urin Hä? Was ist denn? Buchstabe V wie Bortex Buchstabe W Werfer Eins, zwei, zwei B Ach, das Ist doch X Was ist denn? x Let's go Z wie zuletzt und das ist der Zittal. Das war das Sprung-AWC, danke fürs Einschalten, liked das Video, abonniert den Kanal, zeigt eure Oma. Bis zum nächsten Mal, haut rein! Der geht. Geh wie? Ja, der geht. Geh wie. Gustav. Was? Geh wie? Ja, der geht. Geh wie?